In Busan bauen die vor die Schiffe, also koreanisch entführende Schiffbau auch, Leute, hier. Hoffentlich erreiche ich noch meinen Zug, man ist so lange im Stau stecken geblieben, Leute. Leute, bei dem Bahnhof hoffentlich pack ich meinen Zug, hoffentlich später. Oh, ich habe noch mal Glück gehabt, das ist den Zug der Eiche. Also. Okay. Okay. Taxi hat 10,000 mehr, was mehr gekostet als Fahrrad, oder? 10,000 mehr. Das ist mein Zug nach Sol zurück. KTX, ja. Ja, Busan ist eine große Stadt, daher muss ihr aufpassen, wenn ihr irgendwann mal hier Urlaub machen, die Zeit nehmen, ja, für Taxi und so weiter. Ohne Endestau, ja, von Hotel bis hierher habe ich eineinhalb Stunden oder zwei Stunden gebraucht, ja. Glück gehabt, dass ich viel Zeit genommen habe, sonst hätte ich meinen Zug verpasst. Daher wichtig, immer Zeit, viel Zeit nehmen für Zugfahrten, ja, von Hotel bis Bahnhof, ja, Leute. Nicht vergessen, viel Zeit nehmen. Und da zeige ich euch mal den Snellzug, ja, wie bei uns ICE. Ich muss sagen, die Pünktlichkeit der Koreaner ist sehr, sehr gut. Die kommen pünktlich auf die Minute, Sekunde kann man auch sagen. Aber die Inneneinrichtung von Korean Rail hier ist nicht so schön wie bei uns auf der ICE. Ich muss sagen, unsere ICE ist schöner, muss ich sagen, ja. Ja. Und da ist ein Karten? Es ist ein Karten. König! Das ist die Karten. Ohne Wurzeln. Vielen Dank.